Ja, Hallöchen ihr Lieben und einen wunderschönen guten Tag, wünsche ich euch einen guten Wochenstart, hoffe ich habt ihr alle heute. Wir haben ja heute Montag, ich laufe hier gerade ein bisschen durch die Gegend, ja. Ich hoffe ihr habt alle schon meine aktuelle Single, die ich ja beim Alex wieder produziert habe, Kleine Augen. Den Song gab es ja schon mal eigentlich 2001, da habe ich das Ding damals geschrieben. Wir haben die Nummer nie veröffentlicht, es blieb bei der Demo-Version und jetzt haben wir ihn aktuell neu aufgenommen. Und ich finde ein super geiler Sound ist daraus geworden. Wie gesagt, bei Amazon könnt ihr die neue Single käuflich erwerben, natürlich auch meine anderen Songs wie Ich, Liebe, das Leben, Zerbrochenes Herz, Kapitän, Jimmy, okay, Kapitän, den gibt es noch nicht. Der wird demnächst wahrscheinlich dann auf einem Timo Frank Album erscheinen. Dazu plane ich auch noch etwas, aber es liegt noch ein bisschen in den Sternen, also werde ich da auch noch nicht wirklich viel drüber berichten. Ja, ich laufe gerade ein bisschen so durch Wesel, genieße die Sonne, genieße das schöne Wetter, ich hoffe das macht ihr auch. Und ich wünsche euch natürlich allen noch einen schönen Tag, ich sehe gar nichts hier in dem Video, irgendwie die Sonne blendet total. Wie gesagt, ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag, macht da das Beste draus und wir sehen und hören uns. bis zum nächsten Mal.